Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge AWFNR. Deutschland ist im American Football Fieber, die NFL ist angekommen, endlich in Deutschland, vor allem in München, aber auch im Rest. Und deswegen habe ich meinen guten alten Freund Sebastian Vollmer, so alt ist er gar nicht mein Freund, aber ich mag ihn sehr. Ich habe ihn dieses Jahr kennengelernt und auch lieben gelernt und habe ein sehr interessantes Gespräch über seinen Weg zum Ruhm. Er ist ein sehr, sehr schlauer, gut eloquenter, ich mag ihn wirklich, wirklich sehr, es ist saulustig geworden. Es geht nicht nur um Football und um Details, wie der Sport ist, sondern ein bisschen darüber, was für einen verrückten Lebensweg der immerhin erfolgreichste NFL, also American Football Spieler der deutschen Geschichte, je hinter sich, wie der da gelandet ist und wie er Tom Brady beschützt hat und wie er zwei Superbowl-Ringe gewonnen hat, das alles und noch viel mehr heute bei AWFNR. Mein lieber Sebastian, schön, dass du ans Telefon gehst. Ja, danke, wenn Paul Rippke anruft, geht man auch dran, die meisten. Stimmt das oder ist das einfach nur so ein Geschwafel jetzt von mir? Also, es gehen ganz schön viele Leute nicht dran, aber es gibt so ein paar technische Voraussetzungen, die teilen wir wahrscheinlich. Also die beste Audioqualität, die du herstellen kannst in einem Telefonat, ist, wenn du per FaceTime anrufst, also ich zumindest. Also FaceTime-Audio mit Kopfhörern ist eine unübertroffene, sensationelle Qualität. Und deswegen rufe ich auch meine deutschen Freunde und Verwandte und Bekannte per FaceTime an. Jetzt ist es aber so, und jetzt kommt gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, dass das manchmal bei den Leuten dann nur auf dem iPad klingelt oder wenn die nicht online sind, dann wird es gar nicht angezeigt, weil die ihre Apple-ID nur mit dem iPad verbunden haben oder sowas. Und dann sehen die nicht, dass ich angerufen habe. Und dann führt es zu Konflikten, weil ich denke ja, warum rufen die nicht zurück? Lieben die mich nicht mehr? Die kriegen es aber gar nicht mit. Und deswegen habe ich mir inzwischen angewöhnt, auf WhatsApp danach dann zu schreiben, habe kurz angerufen, ruf doch zurück. Jetzt ist es aber so, dass mir teilweise in meinem Rentner-Dasein, wie ich hier so durch die Welt trottele, ja echt manchmal ein bisschen langweilig ist und ich telefoniere sehr gerne. Also so meine engsten Freunde, die kriegen glaube ich einmal am Tag einen Anruf von mir und haben schon alle unabhängig voneinander ein, zweimal gesagt, du Paul, wir sind ja erwerbstätig. Wir haben Berufe, denen wir nachgehen müssen. Im Gegensatz zu dir können wir nicht anderthalb Stunden mal quatschen, wie irgendein Football-Spiel gestern gelaufen ist oder sowas. Also es gehen erstaunlich viele Leute nicht ans Telefon. Die Leute fühlen sich gerade angesprochen. Sie wissen, wen du da gerade kritisierst. Genau, Olaf, Bernd und David, weißt du die. Aber ich rufe dann einfach und auch Joko ist jetzt schon seit zwei Wochen nicht mehr ans Telefon gegangen. Ich steigere dann die, hey, alles okay per WhatsApp und dann sagt er zwischendrin, ja, ja, alles okay und dann schickt er manchmal GIFs, dass er, ich glaube, hat sehr viel zu tun gerade. Aber durch das sich schließende Zeitfenster der deutsch-amerikanischen Zeitverschiebung und dann, wir können ja hier unter uns sprechen, die Tatsache, dass, also wir haben uns ja auch verabredet hier zum Telefonieren und deswegen war ich verabredet. Ich habe gerade einen kleinen Herzinfarkt gekriegt, als du gesagt hast, ich wäre jetzt schon bereit, kann schon anrufen oder wir treffen uns halt in 20 Minuten, weil ich natürlich diese CET, PT, was auch immer du da hingeschrieben hast, habe ich völlig vercheckt. Ich dachte 15 Uhr meiner Zeit, jetzt ist es aber 11 Uhr meiner Zeit. Also zum Glück kann ich aber, weil ich ja, wie gesagt, nicht so weh zu tun habe. Das hat doch Vorteile. Und dementsprechend geht das da. Aber also, ich bräuchte, vielleicht können wir das einfach mal machen, dass wir manchmal telefonieren, weil du ja wenigstens in einer freundlicheren Zeitzone in Florida lebst. Bist du gerade in Florida überhaupt? Ich bin in Florida, allerdings hat Florida ja auch zwei Zeitzonen. Wirklich? Ja, wir sind, also ich bin im Nordwesten von Florida, da ist es noch Central Time, heißt normalerweise sieben Stunden Zeitunterschied. Allerdings gehst du dann zu Tampa und Miami, das ist halt East Coast, dann sechs Stunden Unterschied. Also ich darf mich noch an der Central Time, zumindest jetzt noch, wenn das irgendwann mal aufhört, wer weiß. Es ist der einzige Staat in Amerika, der zwei Zeitzonen hat. Gefällig ist Halbwissen. Genau, ich sage jetzt auch mal ja, aber das können ja deine Zuhörer mal uns da korrigieren, aber ganz ehrlich, keine Ahnung. Und ist es im Moment, also bei mir ist sowieso alles im Eimer im Moment. Wir sind in einer Zeitzone, in einem Tunnel, weil Deutschland hat schon umgestellt und Amerika noch nicht. Also diese acht Stunden Zeitunterschiedung bei dir jetzt wahrscheinlich dann sechs anstatt sieben, oder? Mhm, richtig. Ich finde es ganz gut, ganz ehrlich. Als du eben erzählt hast, du rufst deine Leute an, ich meine, neun Stunden Zeitunterschied ist ja schon ein Ding. Also ich meine, du rollst da irgendwie aus dem Bett, dann ist bei denen schon Abend. Genau. Oder Kinder ins Bett und dann läuft nicht mehr viel. Genau, deswegen, vielleicht liegt es auch daran, dass der eine hat jetzt ein Kind gekriegt und deswegen geht er nicht mehr ran ab 21 Uhr, was eine Unverschämtheit ist. Also ich meine, man wird ja wohl um 23.40 Uhr nochmal anrufen können, um ein bisschen die tagesaktuellen Themen besprechen zu können. Also, Paul, ich war gestern um 20, ich meine, ich habe auch einen Whoop, um 20.39 Uhr war ich schon tief und fest am Schlafen. Geil. Also ich bin auch ein... Wie viel Recovery hast du? Wie war dein Sleep-Score heute? Heute? Boah, ich heute nicht so gut. Also es ist aber auch sehr relativ. Ich kann es dir genauso... 77 Prozent, ich gucke gerade nach. Und wie lange hast du geschlafen? 91 Prozent. Ja, also mein Sohn hat mich heute Morgen, normalerweise stehe ich so gegen fünf Uhr auf. Mein Sohn war heute allerdings schon um vier Uhr wach, deshalb hat mir die Stunde gefehlt, das habe ich dann gemerkt. Wie viel Light und wie viel SWS-Deep-Schlaf hast du? Und wie viel REM-Schlaf? Da kann man ja so draufklicken. Heute, ja, heute, also letzte Nacht, war es 40 Minuten SWS, eine Stunde 38 REM und fünf Stunden 45 Light und 26 Minuten Awake. Okay, der SWS ist nicht so gut. Der fehlt. Wie viel brauche ich denn da? Im SWS solltest du, glaube ich, normalerweise um die anderthalb Stunden haben und REM auch. Also SWS ist der zur Recovery sehr wichtig. Ich weiß nicht, wie viel du Workout gemacht hast die letzten zwei, drei Tage und wie sehr du quasi deinen Körper wieder erholen musst. Und der REM-Schlaf ist, glaube ich, der, wo man träumt, wenn ich das richtig sehe. Das ist der ganz krasse Tiefschlaf. Also ich weiß nicht, wie sehr du deine Träume erleben kannst. Lebe deinen Traum. Ich habe jetzt ein Zitat gesehen. Ich beschäftige mich sehr viel nach, also jetzt haben wir ja schon über Boob geredet. Das ist ja wirklich einfach ein lebensveränderndes, also ich finde das das krasseste Produkt, was ich je. Und ich habe einen langen Podcast mit dem Gründer, den ich dir sehr ans Herz legen kann. Ich kenne ihn. Und du kennst den Gründer und du kennst den Podcast auch? Den Podcast nicht, ich kenne den Gründer. Krass, oder? Also gut, dann kannst du mir mal erzählen, wie der so in echt tickt. Also ich habe den bei Diaries of a CEO, war der letzte Woche. Alter Schwede, ist das ein geiler Nerd. Also es hat mich so beeindruckt, wie der so quasi in seiner College, also erstens, was war das? Squash-College-Spieler. Jetzt hört es ja wohl auf. Also Stipendiaten hin oder her. Ich verstehe, das ist Wasserball und Lacrosse und Squash. Also wofür kriegt man denn noch umsonst Studien in Amerika, wenn man schon als Squash-Spieler jetzt schon Stipendien kriegt? Das ist ja total absurd. Wusste ich nicht, dass es es gibt. Und da hat er zu viel trainiert und hat darüber, also er ist ein Übertrainierer, quasi ist er sehr, also sagt er zumindest in dem Podcast, ein sehr Rabbit-Hole-Typ, dass er sehr tief in nerdige Themen reingeht und dann quasi ins nerdige, wie kann ich maximal Daten meines Körpers auslesen, damit ich verstehe, was ich verändern kann in meinem Satz. Und genau da habe ich mich abgefühlt, weil seit ich Whoop benutze, verändere ich meine Habits. Also ich sehe ja sofort, wenn ich eigentlich trinke jetzt seit drei Tagen kein Alkohol mehr, boom, geht alles hoch. Und das ist so eine geile Belohnung für das dann doch harte Nein-Sagen zum Bier, dass du so viel klarer und fitter bist. Wie ist der in echt? Wo hast du ihn kennengelernt? In Boston. Also das Büro ist in Boston. Schon vor Jahren habe ich noch gespielt und war da bei denen halt im Office. Da war es noch, also ich würde nicht sagen ein Startup, aber definitiv nicht so bekannt, wie sie heute waren. Und war dann da und habe ich da mit den Psychologen und ich sage mal allen in der Produktentwicklung, da war das Produkt schon draußen, aber noch, glaube ich, die erste Version, habe ich da mit denen unterhalten und einfach ein bisschen hinter dem Konzept. Und dann haben sie ja irgendwann eine Partnerschaft mit der NFL und oder der NFLPA, der Gewerkschaft, weiß ich jetzt gar nicht so genau, geschlossen und so weiter. Dann war das halt ein Thema. Aber auch da einfach, ich bin halt auch jemand, der eher dazu neigt, zu viel zu trainieren, zu viel zu machen. Ich habe auch eine sehr, ich sage jetzt mal, obsessive personality. Wenn ich mich in etwas reinsteigere, dann auch oft zu tief, zu viel, zu lang. Oft allerdings sind, ich sage jetzt mal, ein guter Themen, oder relativ natürlich, aber Workouts zum Beispiel auch. Ich meine, wir haben beide ein bisschen was Gewicht verloren, gehört ja auch so ein bisschen, da kann man ja auch zu tief, zu schnell reinsteigern, sich selbst zumindest. Und auch da, da war es für mich halt echt interessant, dieses, ich habe es oft für Kalorien zählen im Prinzip benutzt. Ich habe selbst meine, was ich esse gewogen, habe auch gemessen, wie viele Kalorien ich normalerweise verbrauche, das dann mit dem Armband etc. verglichen und so weiter. Und daher war die ganzen Diskussionen halt echt sehr interessant und wie besessen die ganze Company quasi ist von Data und was man da alles erreichen kann. Und ja, ich war auch fasziniert davon. Ich bin mega Fan davon und vor allem finde ich es halt krass, wie er, der hat es ja immerhin geschafft, das ist das beste Produkt, was es auf dem Markt gibt. Also so, es ist jetzt extern bewiesen und der konkurriert ja immerhin mit Apple und Nike. Also wie man das hinbekommt dann doch und wie er auch erzählt hat, das war schon zutiefst, also wie oft es so knapp war, dass er quasi, er sagt da relativ straight up, naja, guck mal, ich habe schon die Abschiedsbriefe geschrieben gehabt, ich habe die E-Mails schon geschrieben. Ich bin schon durch die emotionale, wir sind pleite, durchgegangen, weil vier Stunden bevor das dann wirklich so war, dass sie die Pleite haben erklären müssen, hat dann doch nochmal ein Investment kam noch rein. Irgendwas hat es immer gerettet und das wäre fünfmal passiert, dass er quasi innerlich abgeschlossen hat. Und das war dann auch nicht mehr schön, weil er hat jedes Mal ja seinen Traum beendet und ich finde es, also ich beschäftige mich viel mit Träumen gerade, wegen Porsche auch, da geht es ja um Dreamer und um Leute. Also einerseits, dass ein Porsche ein Traum ist für jemanden, der erfüllt wird oder ein Ziel auch ist, aber auch, dass quasi die Leute, die Porsche fahren, ja auch Träumer sind. Und, also weißt du, die an ihre Träume glauben, die große Träume haben und da merke ich total, was für ein Unterschied allein in dem Begriff Träumer zwischen Amerika und Deutschland ist. Weil, also in Deutschland ist ja ein Träumer fast was Negatives, also das ist ja fast was, oh Gott, jetzt sei mal nicht so ein Träumer, kümmere dich mal, geh mal ran jetzt an den Speck. Und in Amerika ist das aber so ein, da hat mir letztens jemand auch was geschickt, das quasi, also ein großer Begriff, große Value ist ja in dem Träumen mit offenen Augen. Also nicht mit dem analysierten REM-Schlaf gerade, sondern dass man quasi wachträumen sollte, dass man initiiert und diese ganzen, also Bucketlist ist auch so ein Typ, der mich sehr inspiriert immer. Aber die quasi dann so, dass Leute das formulieren, was ihre vielleicht unrealistischen Träume sind, ist ja schon was Amerikanischeres als was Deutsches. Und da habe ich an dich gedacht, weil ich halt, also wo bist du überhaupt aufgewachsen, sag mal? Ich bin in Düsseldorf geboren und dann in Neuss und dann später in Karst aufgewachsen. Jetzt wird es natürlich sehr klein, deshalb normalerweise sage ich halt Düsseldorf. Okay, und wann hast du davon geträumt, NFL-Spieler zu werden? Oh, ganz spät. Also gar nicht erstmal, wirklich. Also ich bin, wie wahrscheinlich viele Jungen und Mädels in Deutschland, mit Fußball aufgewachsen. Fußball gespielt, aber auch Schwimmen. Habe beides gleichzeitig für eine relativ lange Zeit gemacht. Musste mich dann entscheiden, weil Spiele beziehungsweise Wettkämpfe waren am selben Tag und dann Training wurde immer mehr. Wie alt warst du? Ich war, ich mich entscheiden musste, ich schätze ich mal, es war noch relativ früh, um, ich sage jetzt mal acht, ich weiß es auch gar nicht so genau. Oh krass. Darf ich da kurz reingrätschen, weil ich eine Frage habe, weil du ja auch eigene Kinder hast. Glaubst du, das ist in Amerika auch so? Weil ich nehme zumindest im Highschool-Sport meiner Tochter, wird das ja abgewechselt. Also da wird ja bewusst nur drei Monate Lacrosse, drei Monate Fußball, drei Monate Hockey, drei Monate, also da sind ja die Sportarten eben gar nicht, da musst du dich eben nicht entscheiden. Ist das bei deinen Kids auch so in Florida? Die sind ja noch nicht so alt, ne? Die sind noch nicht so alt. Wir sind noch nicht alt genug für den Schulsport. Im Moment läuft noch alles über Club-Teams. Da überschneidet es sich manchmal, allerdings kann man sich da auch noch aussuchen. Ich bin allerdings kein Vater, der im Moment zumindest sehr strikt daran, hey, das machst du jetzt und jetzt ist Herbst, jetzt ist es Football oder Fußball, was auch immer. Sondern wir probieren erstmal alles aus und gucken wir mal, was hängen bleibt. Aber du hast recht, ich glaube, es ist so ein bisschen wie, wenn Amerika studiert hat, viele fangen ja auch an mit, ich sage jetzt mal General Studies, so ein bisschen allem reinschnuppern. Du kannst ja von deinem Biologie-Kurs dann über die englische Sprache und dann gehst du zum Sport im Prinzip. Alles ist irgendwie ein bisschen vertreten. Das ist, glaube ich, ganz sehr ähnlich, was du gerade beschrieben hast. Was auch hilfreich ist, glaube ich. Ich glaube, du zum Beispiel Baseball, hier in Amerika natürlich sehr, sehr bekannt, sehr berühmt. Wenn du aber den Ball die ganze Zeit halt wirfst, in dem Alter, kommen natürlich auch viele Verletzungen. Deshalb ist eine Pause in diesem Sport wahrscheinlich gar nicht so schlecht dasselbe, natürlich auch mit Football-Repetition. Ich wollte es mal gerade sagen. Ja, das auf jeden Fall auch. Aber es ist, ja, ich glaube, zu jedem das Sein, du kannst natürlich auch dagegen argumentieren und sagen, okay, aber in den anderen Sportarten kannst du dich irgendwie, ich kann das ganze Jahr irgendwie darauf konzentrieren, immer weiter trainieren. Wobei das ja wahrscheinlich auch nicht wirklich stimmt. Im Schwimmen hast du eine Off-Season, im Fußball hast du ja auch eine Off-Season, trainierst du dann halt anders. Und es wird halt, ja, du machst ja auch dann mehr Leichtathletik beziehungsweise Kondition und Krafttraining für die Sportarten. Aber wie gesagt, ich hatte die Wahl nicht und musste mich halt dann irgendwann entscheiden und schwimmen, hat dann am Ende für mich den Ausschlag bekommen und den Ausschlag gegeben. Und hat ja immerhin, die Off-Season habe ich gestern, Rick Zabel ist gerade zu besuchen, fährt mit mir Fahrrad und hat mir erzählt, dass sein Vater Erik Zabel in seinem Jahr, in dem er aufgehört hat. Und da ist er alle drei großen Touren gefahren, Vuelta, Giro und Tour de France und auch so ein paar Klassiker noch. Und dann hat er quasi sein letztes Rennen irgendwie im Oktober, sagen wir mal, Ende Oktober gefahren und dann war, okay, das war es jetzt, Ende der Karriere, sensationell. Und dann hat er gesagt, guck mal, das könnte sein, dass ich dieses Jahr, weil ich keine Off-Season machen muss, zum ersten Mal 50.000 Kilometer hinbekomme. Und ist wie ein Verrückter die letzten zwei Monate maximal Kilometer gefahren, weil er sich drüber gefreut hat, dass die, ich meine. Ich bin so beeindruckt von, ah, vom Fahrradfahren, von Sportarten, die ich weiß, die ich nicht machen könnte. Fahrradfahren, ich meine, ich sehe dich ja auf deinem Instagram und so, du fährst ja auch sehr gerne. Also Ausdauersport generell, das komme ich jetzt nicht so wirklich für mich, aber das ist einfach nur beeindruckend. Klar, wenn du natürlich hier Tour de France und sowas alles nimmst, einfach nur beeindruckende Menschen, die leider noch mit diesen Zeiten und mit diesem Elan dahinterstehen, aber generell einfach da durchstehen. Also Ausdauersporten, Sportarten sind für mich einfach nur beeindruckend. Das ist crazy. Okay, aber dann hast du dich fürs Schwimmen entschieden. Was war dein Freistil-Butterfly? Warst du Rückenspezialist? Ich war, also Rücken war wahrscheinlich, Rücken war wahrscheinlich mein Beste. Also auf jeden Fall ein Sprint. Also je kürzer, desto besser. Ich war damals, also wenn mich ein Bildliches, ich bin jetzt, gut, jetzt als Kind noch nicht so groß, aber ich bin jetzt über zwei Meter groß und jetzt noch nicht gerade die kleinste Statur. Von daher, Wasserverdrängung war nicht unbedingt mein Freund. Von daher, je kürzer, desto besser. Rücken war wahrscheinlich meine erfolgreichste Position. Freistil am, wahrscheinlich, habe ich am besten gemocht. Dann Butterfly und Brust war für mich irgendwie nie, nee, den konnte ich nie irgendwie gut herausfinden. Kann ich bis heute nicht schwimmen. Ich kriege das technisch nicht hin mit dem, ich mache es, ich glaube, ich schwimme Brust falsch. Also ich mache das so, so eine Mischung aus Brust, aus Graul und was auch immer ich da. Also auf keinen Fall nicht diese Frosch-Schenkel. Und dann bist du, also 400 Meter Lagen ist ja auch eine Disziplin. Die waren wahrscheinlich auch gut. War ich ganz gut drin, wobei ich immer bei Brust zurückgekommen, also am Anfang, ich lag oft vorne, dann Brust, ja, irgendwie alle mich entweder eingeholt oder überholt. Ja, und dann am Ende mit dem Freistil nochmal versuchen, da irgendwas zu gewinnen. Und naja, wie gesagt, wenn man halt so einen Großteil, 25 Prozent deiner Sportart nicht so souverient ausüben kann, ist das relativ, naja, nicht so gut. Aber war eine schöne Zeit und habe mich dann halt irgendwann entschieden, Schwimmen aufzuhören. Und das war dann, glaube ich, auch mental war ich wahrscheinlich noch nicht in der Lage, zu realisieren, was man machen muss, um wirklich erfolgreich zu sein. Also ich war schon ganz gut, noch relativ jung. Und dann natürlich kommen natürlich die, ich sage jetzt mal, Anfragen, mehr zu trainieren, vor der Schule zu trainieren, nach der Schule zu trainieren. Am Wochenende machst du das und so weiter. Und das kam in meinem Teenage-Brain wahrscheinlich noch nicht so gut rüber und habe dann einfach aufgehört mit dem Schwimmen von heute auf morgen. Und dann, ich sage jetzt mal, für zwei Jahre ungefähr nichts gemacht. Und dann ist natürlich, du gehst vom Hochleistungssport, und ich sage das jetzt nur bei Zeit investiert, Konditions und so weiter, zu gar nichts, merkt der Körper schon. Schwabbel die Schwabschwab. Ja, wurde ein bisschen größer, sagen wir mal. Nicht so ein Mensch, den du unbedingt in der Speedo sehen möchtest. Und wie es dann halt so ist, du läufst am Pausenhof und dann kommt der eine Typ an und sagt, hey, du siehst aus wie ein Footballspieler, willst es nicht mal ausprobieren. Ich sage, Football hat keine Ahnung, aber okay. Wie auf dem Pausenhof. Du hast dich in deine Position reingefuttert, quasi. Du hast dich, christlich. Einfach beim Nichtstun wurde es mir auserlesen von anderen Männern und gesagt, den kriegen wir noch fetter. Das kriegen wir hin. Mit ein bisschen Übung kriegen wir noch mehr Speck dran. Und ja, dann war es das und war ich in Düsseldorf. Düsseldorf-Pantavan ist immer noch der lokale Verein. Ich dachte, Rheinfire. Das war der NFL Europe Club, also der professionelle Club. Die sind dann, also die NFL Europe ist dann irgendwann auch, ja, hat dann aufgehört. Aber das war noch ganz viel, viel früher. Also ich war dann noch in dem Jugendverein und war da, also hab mir auch da, ich wusste überhaupt nicht. Ich hab mir da noch, kennst du diese Buchserie, sag mal XY für Dummies? Ja, diese gelben Bücher. Genau. Buchhaltung für Dummies. Genau. Ich bin so, ja. Das wäre ja nicht eine Steuerprüfung. Aber anscheinend hat mich in die NFL gebracht. Ich bin zur Bücherei, aber mein Trainer sagt mir, ey, du bist jetzt ein Tackler. Ah, ist klar, super, mach ich. Was heißt denn das? Okay. Ich hatte in die Bücherei, ich sagte, okay, ich gucke jetzt erstmal nach, was das überhaupt ist. Oh, ich darf den Ball nicht anfangen. Hast ja wieder super ausgesucht. Hast ja wieder super angefressen. Danke. Du bist Füllmaterial auf, oder du bist Blockmaterial, ist glaube ich der. Oder was würde man zum Tackle in der Jugend jetzt nicht kreativ führender Spieler? Ja, du bist, 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 ja, du bist halt so ein Speedbump. Du bist halt irgendwie, bist im Weg, wie große Breite der Menschen ab und einmal sind. Und das ging dann aber ganz gut und wie, wann wurdest du entdeckt? Also wann ist dann, also richtig entdeckt für größere Taten als nur in Düsseldorf? Wurde zur Nationalmannschaft eingeladen, war dann da bei der Europameisterschaft und danach zum Team Europe, jetzt die Europa-Auswahl. Da wurden, wie gesagt, die besten Spieler Europas ausgewählt und mit dem Team durfte ich dann in die Staaten. Und da haben wir vor dem Superbowl ein Turnier gespielt gegen die USA, Kanada, Mexiko und Japan und uns da quasi beweisen dürfen. Wobei man da auch ehrlich sein muss, dass, sag mal, die Stipulations, die, 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 den Aufsatz, den die Amerikaner bekommen haben, waren irgendwie, okay, nur in diesem Kreis dürfen die Spieler ausgewählt werden. Die müssen alle einen Zweierschnitt oder besser haben, dürfen irgendwie nur, also man hat wirklich versucht, ähm, da, äh, ja nicht, weil das zumindest einigermaßen fair zu halten. Aber es war eine grandiose Erfahrung und danach fing es so ein bisschen an. Und dann hatte ich in diesem Team Europe, war ein Amerikaner, viel Amerikaner, aber war ein amerikanischer Coach, Jeff Rambold, der, ähm, was in mir gesehen hat, was ich damals selbst noch nicht gesehen habe und hat mich seit dem Zeitpunkt absolut gefördert und dann auch gesagt, hey, ich bring dich ans College. Und da war, ja, okay, war, war relativ uninteressant. Deutschland studierst du eh umsonst, ich sag mal, diese, diesen Stipendium zu bekommen war, in dem Fall halt noch nicht wirklich, ähm, ja, greifend für mich. Ist ja tatsächlich andersrum, also irgendwann kommt es ja auf deine Kinder, äh, da habe ich einen kleinen Vorsprung mit meiner 16-Jährigen, das, der amerikanische Highschool-Abschluss, ne, der ist international einfach mit einem Hauptschulabschluss gleichgestellt. Also da kannst du dann, das ist total absurd, wie wir Deutschen sagen, ja, kannst du auch gleich, also das ist völlig wahnsinnig und du musst dieses IB-Programm zusätzlich machen, von denen jedes Jahr fangen 200 an in der Highschool hier in Newport und genau acht haben es letztes Jahr geschafft. Und das ist schon echt intensiv und dann gilt es aber als Abitur. Und nur mit diesem Zusatzanspruch kannst du in Deutschland dann studieren. Aber du, du hast Abi gemacht einfach in Deutschland. Ich habe Abi gemacht, genau. Schön stand. Äh, äh, kann ich eh gar nicht prüfen. 1,2. Nimm dir eben 2,1, da hast du falsch rumgelesen. Ja, genau. Und dann, äh, haben wir, ähm, hat das trotzdem gesagt und dann hatte ich mein letztes Spiel, das war die Deutsche Meisterschaft in Darmstadt war das, glaube ich. Und, ähm, vor dem Spiel kam nicht er, sondern jemand anderes zu mir hin und sagte, hey, äh, paar Leute sind für dich da. Das war okay, das sagt mir gar nichts. Äh, aber okay. Es war zwei Tage nach dem Abi-Ball, Freitagabend Abi-Ball gefeiert, wie sich, ja, Leute, die mal einen Abi-Ball hatten, kann sich ja vorstellen, wie, welche Fassung ich da war, am Sonntag mitten im Sommer. Ähm, trotzdem ganz gut gespielt und haben dann auch die Deutsche Meisterschaft gewonnen und so weiter. Aber da, ich lag dann im dritten oder vierten Quarter, relativ am Ende des Spiels, mit Full-Body-Cram, ich habe also der ganze Körper zusammengezuckt und ich kann mich gerade noch bewegen auf dem Boden und, ähm, naja, äh, kamen halt amerikanische Coaches zu mir hin und haben halt von Scholarship und Stipend und, 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 und irgendwas geredet und zu dem Zeitpunkt mein 1,1-Schnitt, mein Englisch war jetzt nicht so toll, ähm, äh, ich habe überhaupt nichts verstanden. Also ich lag da am Boden, ich habe mir Visitenkarten eingesammelt und dann kamen halt andere Leute zu mir hin und sagten, hey, das ist geil, super. So, was denn? Ich habe das gerade so ein Stipendium bekommen. Was heißt denn das? Ja, ich weiß nicht, gehst du auf die Uni? Kauf dir ein Buch, kauf dir ein Dummies für Stipendium. Ja, genau, kauf dir ein Dummies für Stipendium für Dummies, genau. Ja, und dann ging das im Prinzip so weiter und habe dann, ähm, ja, Houston, University of Houston ausgewählt. Ich war vorher da nicht zu Besuch, wusste gar nichts, wusste auch nichts über Texas und so weiter. Das war aber, sagen wir mal, für mich die ansprechendste Schule. Damals wollte ich noch Medizin studieren, wurde mir dann doch relativ schnell verweigert, als ich aufs Uni-Gelände kam. Und, ähm, aber ja, das war so ein bisschen der Weg. Damals wurde mir noch viel, ich meine, das ist im positiven Sinne, aber viel hinterhergetragen. Viele Menschen haben mir, sag mal, meine Reise ermöglicht und hatten, ähm, ja, das mein Bestes quasi, ähm, gesehen quasi und wollten mir auf diesem Werdegang helfen und ich bin denen bis heute ewig dankbar. Glaubst du denn, ich stelle mal eine Theorie auf und wir kennen uns ja ein bisschen deswegen, glaubst du, dass vielleicht sogar, weil du, weil du so verkatert warst und quasi früher an deine Grenze gegangen bist, aber diese Grenze übergehen musstest, was war ja immerhin ein Finale um die Deutsche Meisterschaft und du musstest quasi deine Leidensfähigkeit und deine Leidenschaft visuell unter Beweis stellen. Und da stehen die Amerikaner ja schon drauf, wenn die sehen, okay, jemand ist bereit, alles zu geben, aber oft hat man ja gar nicht die Chance zu zeigen, wie man alles zu geben hat und glaubst du, der Freitagabend hat dazu geführt, dass, sagen wir mal, dass ein bisschen früher passiert ist, dass du quasi in eine anaerobe Phase gekommen bist, während du spielst und deswegen die Amerikaner noch beeindruckter gewesen sind. Guck mal, was der, also der, das ist quasi ein Rohdiamant, den wir nur jetzt in unser schönes Land bringen müssen und mit Chicken McNuggets noch größer und noch erfolgreicher machen können, aber das Potenzial ist da, weil er ist bereit, sich zu quälen. Glaubst du, diese Theorie ist völlig schwachsinnig oder könnte ich vielleicht sogar ein bisschen Recht haben damit? Zumindest das erste Mal, dass ich diese Theorie gehört habe, ich habe immer irgendwie geglaubt, nicht deshalb, sondern trotzdem habe ich es geschafft, aber es ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich habe es ja, obwohl ich saß da auch eher so wie ein Fisch auf dem Trockenen Zuckungen und die Beine krümmen sich, weil sich ja irgendwie der Hamstring und der Oberschenkel gezerrt angefühlt hat, aber doch, also ja, ich sage mal, es ist eine Theorie, also als mein, wie wird man NFL-Spieler in meiner nächsten, keine Ahnung, Self-Help-Group, sage ich mal, schön feiern gehen, zwei Tage vorher und Leben passt. Genau, das ist ein Voll-Me-Key-To-Success sozusagen, da wird man schneller in die Position kommen. Aber dann bist du am College und was für eine Position hast du da gespielt, weil also es ist ja, es ist jetzt auch kein völliger Zufall, dass wir uns an diesem Dienstag hier unterhalten, weil ja ganz Deutschland ist im NFL-Fieber, es ist, hilf mir, das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden ever und zwar am Sonntag in München, korrekt? Richtig. Und der, also nirgendwo, ich glaube, es gab kein Sportereignis weltweit, was mehr Tickets nachgefragt hat, angeblich, habe ich, ich habe nur gefährliches Halbwissen, du musst das bitte bestätigen. Das stimmt, es ist fast richtig, also Ticketmaster war der Partner, haben drei Millionen Anfragen bekommen und das war das zweit, oder die zweitgrößte Anfrage von allen Events, die die je hatten, also vom Sport über Musik über Broadway, was auch immer, hinter dem Super Bowl. Super Bowl, letztes Jahr wahrscheinlich, ne? L.A. Wahrscheinlich, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber ja. Okay, krass. Und, also American Football ist ja schon ein Sport, den man erst lieben lernt, wenn man sich auch ein bisschen Mühe gibt, den zu konsumieren. Also es ist, finde ich, schwieriger, dafür aber umso belohnender, wenn man sich ein bisschen auskennt, dann wird es richtig geil, das zu schauen. Also es ist fast ein bisschen nerdig, auf eine Art. Was ja es essentiell unterscheidet, und jetzt kommt der stumpfe Paul, der für sich so ein bisschen das gemacht hat, ist ja, dass wirklich die Aufgabenverteilung zutiefst unterschiedlich ist. Also das ist wirklich nur Spieler für Angriff, nur Spieler für Verteidigung, nur Spieler für Werfen im Angriff, nur Spieler für Fangen im Angriff, nur Spieler zum Kicken. Und, also wir haben ja als deutsche Fußballnation durchaus eine große, eine längere Historie von Kickern, glaube ich, die es in die NFL geschafft haben. Aber als Feldspieler warst du ja schon auch einer der Ersten, der wirklich erfolgreich dann auf welcher Position gespielt hat? Du warst Defense oder Offense? Erste Frage. Offense offline. Okay, das heißt, du stehst da und schützt den Quarterback. Hast du den Ball nach hinten geworfen? Nein. Durch deine Beine? Nein, das ist der Center, das ist quasi der in der Mitte, dann stehen zwei auf beiden Seiten, jeweils einer daneben und daneben steht noch mal einer und das war ich. Das heißt, am Ende, je besser du, also dein Job ist, dass du nicht, also wenn du failst, dann ist es schlecht und wenn du gut arbeitest, dann passiert nichts. Also du brillierst im, äh, äh, keine Fehler machen. Ja, im Prinzip, vor allen Dingen in den Medien, ähm, vor allen Dingen, also ich hab für einen Menschen geblockt wie Tom Brady, die Leute, die, äh, also er kommt jetzt auch mit den Tampa Buccaneers, er war vorher für 20 Jahre bei den Patriots, wo ich dann auch gespielt hab und, ähm, wenn du, er sagt, so ein Talent, wenn, 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 wenn alle um ihn herum ihren Job machen, wird er abliefern. Das ist schon, das ist ein Given, das, das, das passiert eben und, äh, wenn du als Offense offline bin, der Beschützer, ja, ihn nicht beschützt, wenn der da halb umgesemmelt wird und nicht halb, sondern voll umgesemmelt wird, nee, es ist deine Schuld, zu Recht. Allerdings, ähm, ja, wenn du halt deinen Job machst, kriegen natürlich den Ruhm, alle Wege führen, ja, zu Ruhm von anderen. Äh, zu ein paar, zu ein paar Ringen ja auch immerhin. Wie viele Ringe hast du? Ich hab, ich hab zwei, ich hab zweimal, äh, die Meisterschaft gewonnen mit den Patriots, einmal verloren, ähm, also ich war an drei beteiligt, von daher, äh, war eine, war eine, war eine gute Erfahrung, war schön. Hä, zwei aus drei ist doch riesengeil und das macht dich ja damit dann auch zum erfolgreichsten deutschen NFL-Spieler aller Zeiten. Danke, danke für den Honig um den Mund, aber, ja, also, ist, 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 ist schon, ist schon was Schönes, aber, äh, ist, beim Mannschaftssport, es ist halt, ähm, muss man halt auch ehrlich sein, ich hatte halt das Glück, auch bei einer guten Mannschaft zu spielen, denn, ich meine, wir kennen's, ja, von allen Mannschaftssportlern ist eigentlich egal was, du kannst der talentiertste Spieler sein, wenn deine Mannschaft jetzt nicht so doll ist, hm, schwierig, kriegst du deine persönlichen, ähm, Erfolgserlebnisse, wie Pro-Ball, All-Pros, Nationalmannschaft, sowas in der Richtung, ähm, aber denn, diese Ringe oder Trophäe im, im, in Deutschland bleibt dann halt eben aus und da hatte ich halt echt Doppelglück gehabt. Aber es ist ja schon so, dass, ähm, zumindest in meiner Wahrnehmung im American Football das nochmal wichtiger ist, also, dass es ja sehr viele Spieler gibt, die wirklich ohne die entsprechende Mannschaft einfach gar keine Chance haben, also die Einzelleistung eines, und ja, vielleicht ist es im Fußball auch so, ne, also so die Messis und Ronaldos dieser Welt, also, da gibt's ja Parallelen gerade zwischen Cristiano Ronaldo und Tom Brady auch, oder also, der spielt ja dieses Jahr einfach nicht auf dem Level wie letztes Jahr oder die letzten 15, 20 Jahre, ähm, jetzt schiebt's jeder auf Giselle und was auch immer da los ist, aber das, der wird ja schon sich Mühe gegeben haben dieses Jahr, du kennst ihn besser als ich, ähm, der ist ja jetzt garantiert nicht rangegangen und hat gesagt, ja, ach, das, das nehm ich noch mit und das mach ich so halbgar, sondern der will ja gut spielen, auch dieses Jahr, oder? Ja, ganz klar, also, ich meine, er hat, er hat sieben Superbowl-Ringe, das, um das mal in Verhältnis, ähm, für die Nicht-Football-Fans von deinen Zuhörern mal zu, zu setzen, es gibt kein Team, das mehr Superbowl-Ringe hat als er, also, oder andersrum, er hat mehr Superbowl-Ringe als ein Spieler, als alle anderen Teams. Er hat sechs mit den New England Patriots gewonnen und dann nochmal ein, als er gewechselt ist, direkt im nächsten Jahr mit Tampa Bay Buccaneers, also mit den Tampa Bay Buccaneers und, ähm, das ist ein für mich, mein, so ein guter Freund von mir und ich sag mal, war jetzt, hatte schon meine, meine, meine Sorgen, sagen wir mal, du, du wechselt halt von einem Verein, in dem du sehr erfolgsverwöhnt warst und du hast eine Legacy, du hast gerade ihn mit Ronaldo und Messi, et cetera, ähm, verglichen, zurecht, ähm, oder zumindest im selben Atemzug genannt, ähm, und dann riskierst du, das ist leider ja schon vielen großen Sportlern passiert, die am Ende ihrer Karriere vielleicht nochmal wechseln oder was anderes probieren, et cetera, und dann lässt es so einen bitteren Geschmack auf der Zunge, weil es dann am Ende irgendwie nicht so funktioniert, sie haben den Absprung nicht geschafft und, oder das heißt geschafft, das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Allerdings, er hat dann direkt im nächsten Jahr mit einem neuen Team, mit einer neuen Offense, mit neuem allem, ähm, nochmal eine Meisterschaft gewonnen und das war schon extrem beeindruckend und, was man auch noch dazu sagen muss, sollte, wie alt er halt ist. Er ist Mitte 40 und in diesem Sport, also die, 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 die Erhaltbarkeit, sagen wir mal, eines Furtballspielers, ist drei Jahre, also Karriere, Karrieredurchschnitt ist drei Jahre. Er spielt seit über 20 auf einem extrem hohen Level. Drei Jahre ist der durchschnittliche NFL-Profi, NFL-Profi. Mhm. Das ist ja krass. Also das liegt aber auch an der Körperlichkeit des Ganzen. Genau. Oder? Das quasi so schnell, wie lange hast du gespielt? Acht Jahre. Das ist doch gut. Ja. Glück war. Gut. Danke. Hat, also wie gesagt, ich kann mich über nichts beschweren, das war alles, also wirklich, wirklich wunderbar, aber um nochmal deine Frage zu beantworten, klar, er kommt da nicht zurück, würde er nicht glauben, er könnte nochmal eine Meisterschaft gewinnen. Denn um nichts anderes geht es ja mehr. Es geht nicht um Geld, es geht nicht um persönlich, ich meine, er hat alles, es gibt ein Pro-Bow und es gibt ein All-Pro, das sind verschiedene Auswahlmannschaften im Football, es gibt da keine Nationalmannschaft, sowas in der Richtung. Hat alles mitgenommen, er war MVP, Superbowl-Sieger und so weiter. Es geht quasi nur darum, sag ich jetzt mal, weil er besessen ist von dem Sport und weiß, dass er noch gute, sehr gute Leistungen abrufen kann und die will er dann auch abrufen und am Ende ist es wahrscheinlich, wie weit kann man sich absetzen vom nächsten, vom Verfolger, von der nächsten Generation von Quarterbacks etc. Wie war das, also wie war das bei dir? Du hast ja auch irgendwann für dich beschlossen, ich höre jetzt auf. Wann hast du das gemacht? Also an was für einem Moment, während der Saison oder nach der Saison oder war es eine Verletzung? Das war ein bisschen beides. Meine Frau hatte mir gesagt, wir, das ist ein Ausrufezeichen, äh nicht ein Ausrufe, in Contagion Bank, wir sind schwanger. Also haben natürlich sie viel mehr damit zu tun als ich, aber da war es für mich und ich war gerade verletzt und ich hatte eine Gehirnerschütterung und ich wurde nach der Saison nochmal viermal operiert, zwölfmal in meiner gesamten Karriere plus natürlich die Verletzungen, die nicht operiert werden müssen, aber trotzdem wie Verschleiß und Arthrose und was noch alles gibt. Und da war für mich der Zeitpunkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt noch einigermaßen heile, habe alles persönlich in meinem Sport erreicht, habe mit dem Team alles erreicht, was ich erreichen konnte und wollte und jetzt ist quasi Zeit, weiter mit der NFL an meinen Zielen zu arbeiten, allerdings abseits vom Feld und in dem Moment ist die Entscheidung für mich gefallen. Okay, und dann hast du dich irgendwann auf eine Couch gesetzt und dein Kumpel Tom hat sich da dazugesetzt. Ich stelle mir das so vor, dass ihr in Florida, das hat Wasserzugang, die Couch ist quasi fast, da schwimmen Alligatoren vorbei in Miami und DJ Khaled kommt manchmal mit dem Jet-Ski vorbei, weil er sich verfahren hat und dann sitzt ihr da bei so einem Gasfeuer an so einer Lounge-Liege-Situation und er setzt sich hin und sagt, hey, wie hat er dich genannt? Basti? Sebastian? Nee, er war Seabass. Seabass, okay. Er sagt, Seabass, now I'm one of yours. Und setzt sich so hin und kratzt sich vielleicht ein bisschen am Oberschenkel und trinkt ein Bier mit dir und dann sagst du, hey, welcome in our retirement home hier und er sagt, hast du ihn da abgeschreckt? Hast du gesagt, also warst du ein schlechtes Vorbild und hat gesagt, so will ich nie werden oder wie ist das passiert? Du wirst da ja dabei gewesen sein, dass er dann nochmal gesagt hat, komm, ich weiß, vor drei Wochen habe ich weltweit und dann bin ich ein bisschen sauer als Fan, weil das war ja schon das krasseste Medienecho, was ich je eigentlich erlebt habe, als Tom Brady zurückgetreten ist. Wobei, da muss man allerdings auch ehrlich sein und ihm das so ein bisschen, es wurde ihm ja vorgegriffen, heißt, es wurde ja von den Medien gesagt, geschrieben, getweetet und geinstert, dass er aufhört. Und dann kannst du, dann wurde es in Deutschland, ich bin irgendwie aufgewacht, habe keine Ahnung, wann genau das war und mein Telefon explodiert und jeder will irgendwie die Stellungnahme von mir haben und ich so, was soll ich denn jetzt dazu sagen? Und dann... Hast du ihn angerufen? Ist er rangegangen? Erste Frage. Ich habe ihm eine SMS geschickt, er hat dann zurückgeschickt, aber ich gehe mal davon, also ich finde das immer so schwierig, dieses irgendwas passiert und dann... Ja. Will man die Leute auch in Ruhe lassen. Genau, will man irgendwie nicht nerven in dem Fall. Und, aber ja, also ich habe ihm gesagt, komm, wir treffen uns auf ein Avocado Tequila und anscheinend fand er das nicht so lustig und dann gesagt, okay, dann, wenn das die Pension ist, wenn das das Retirement ist, dann gehe ich zurück zu meinen, ja, keine Ahnung, was er da isst. Er ist ja auch sehr besessen von, wie er sich ernährt und so weiter und gleich ziehe das jetzt hier so ein bisschen ins Lustige und ich glaube aber, dass als Sportler, als vor allen Dingen, wie beschrieben, wie lange er das schon macht und die Amerikaner ja noch viel früher, ich habe, wie beschrieben, erst mit 16, 17 mit dem Sport angefangen, klar was anderes davor gemacht, aber viele der Amerikaner fangen ja schon mit drei oder vier an und jetzt ist Mitte 40, das heißt, seit 40 Jahren ist seine Identität Football, der beste Football-Spieler, hat alles gewonnen und wenn man, das ist ja also Tom Brady, der Quarterback, der sowas oder es ist ja im ersten Satz wird immer, es ist seine Identität und wenn die sich dann auf einmal ändert, ich glaube, ich kann das schon sehr, sehr schwierig sein, damit umzugehen. Für alle, also das ist jetzt im normalen Berufsleben ja auch, wenn du schon immer ein Rechtsanwalt warst und gehst in eine Rente, ist wahrscheinlich auch nicht einfacher Bäcker, aber ist ja völlig wurscht, dass viel in seinem Beruf eine Identität liegt und im Sport ist es ja meistens so, dass man halt viel früher in Rente geht als andere Berufe. Ich erinnere das noch, dass quasi die News kam, bevor er was sagen konnte und theoretisch ist das ist ja das Schlimmste, also man sollte ja schon einem der erfolgreichsten, dem erfolgreichsten Sportler in einer Sportart zumindest lassen, dass er selbst sagen darf, wann er aufhört und nicht irgendwelche Leaks, irgendwelche Berichte, irgendwelche anderen Sachen, weil ab dann kann man ja nur noch verlieren, wenn man quasi nur bestätigen oder widersprechen oder was auch immer kann. Also vielleicht hat das ja auch was, weil also ich als externer Fan muss schon sagen, dass ich es nicht so geil fand, dass quasi einerseits man dann so retrospektiv auf diese sensationelle Karriere schaut und drei Wochen später oder zwei Monate später einfach gesagt wird, ah ich bin wieder da. Das war ein bisschen schnell irgendwie. Hat es bei dir auch schon mal gezuckt zwischendrin, wenn es so schnell geht oder warst du dir völlig klar dann ab dem ersten Moment? Mir war es völlig klar, also ich hatte während meiner letzten Saison auch schon echt Gewicht verloren, das war dann schon mein Ziel, mich irgendwie wieder fit zu machen und ich hatte vier Operationen in diesem Jahr und musste dann teilweise, also nicht teilweise, hat dann im Prinzip die ganze Zeit Reha gemacht und eins der Operationen, zwei der Operationen waren an meiner Hüfte und keine Ahnung, ging es auch erst mal vor, Gewicht zu verlieren und damit die Hüfte sich auch wieder regenerieren kann und so weiter und das eine lief quasi ins andere hinein und dann muss man halt irgendwann auch diese Konversation haben mit seinem Head Coach, in dem Fall Bill Belichick, gehst du halt da ins Büro und dann sagst du halt auch, ey, also nicht ey, sondern das war es für mich und das war dann auch völlig okay. Ich meine, er hat es dann auch mir irgendwie angesehen und ich meine, wenn du da irgendwie ständig operiert wirst und man wird ja auch nicht jünger und, und, und. Ich glaube, es war, hatte sich irgendwie schon angebahnt. Es war auch völlig in Ordnung, war auch eine richtig gute Konversation, ganz ehrlich. Wer Bill Belichick mal eine Pressekonferenz zum Beispiel gesehen hat, ich glaube, für viele Menschen ist er jemand, der vielleicht einschüchternd ist oder, ich sage jetzt mal, nicht warmherzig ist, ähm, das kann nach außen hin wirklich schon so sein, aber menschlich kann man sich mit ihm auf jeden Fall auch unterhalten und das war auch alles irgendwie, nicht irgendwie, war alles echt super in Ordnung und wir sind gut auseinandergegangen, in Anführungsstrichen. Ich meine, jeder Sportler hat irgendwann mal auf, das war alles echt okay. In dieser Nacht habe ich nicht ganz so super geschlafen, weil das Leben ändert sich von heute auf morgen, ähm, es ist sehr, als Fußballspieler weißt, 8.03 Uhr ist das, um 8.42 Uhr machst du das, um 9.07 Uhr ist das und das, also sehr getaktet der ganze Tag und jemand gibt dir quasi vor, wie du, wie du dein Leben lebst, zumindest in der Saison selbst und dann auf einmal, ähm, das ist blöd, das hört sich völlig bescheuert an, aber du musst auf einmal selbst Frühstück machen, musst du, weil für acht Jahre kocht dir quasi ständig irgendjemand irgendwas und so weiter und das sind, ich sage mal, Umstellungen, ähm, aber das, ich sage mal, das Jucken, das Kratzen, das, dass ich nochmal zurück möchte, äh, hatte ich nicht und ich glaube, ich habe echt, ah, Glück, dass ich junge Kinder habe, die halten einen natürlich echt auf Trab und da gibt's, gibt's, äh, eine Berufung, da gibt's, also, da fühle ich mich super wohl als, als Papa und auf der anderen Seite natürlich mit der NFL und den Patriots weiter an dem Sport zu arbeiten, halt nicht aktiv als, als Spieler mir, ja, die, die Helme um den Kopf zu hauen, sondern eben auf der, auf der anderen Seite das Spiel größer zu machen, das ist echt auch eine Genugtuung für mich selbst. Glaubst du, du hast auch ein bisschen, also, das Schielen auf den deutschen Markt, das ist ja neu, ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber es ist ja, also, es ist, glaube ich, auch da kannst du mir kurz die richtigen Zahlen sagen, American Football ist der größt wachsendste Sport in Deutschland von den Zuschauerzahlen, korrekt? Korrekt und ist der größt oder schnellst wachsende Markt überhaupt für Football. Also, in Deutschland ist das? Ja, also, klar, in Amerika wächst er nicht mehr so schnell, wie er mal, also, jeder ist Football-Fan, aber deshalb ist er so interessant, ja. Das ist ja, also, ohne dir jetzt, wir sind ja, es liegt ja jetzt nicht nur an dir, sondern, sondern es liegt ja vielleicht auch an ein, zwei externen Faktoren, die jetzt nicht nur, der, ähm, das ist ja ganz geil, also, weil, weil mich umtreibt natürlich immer, wie viel Glück, wie viel Zufall, wie viel, äh, was auch immer. Also, Timing-mäßig ist es ja ganz gut gewesen, dass du, weil, also, hilf mir mal, was jetzt dein wirklicher Job ist, also, was machst du jetzt gerade in dieser Sekunde, ich hab dich auf dem Oktoberfest, da kam ich leider nicht vorbei, will ich auch nochmal wissen, wie das da war, also, so, so, wie, wir waren auf den gleichen Plätzen, allerdings eine Woche auseinander, ähm, aber das ist auch Teil deines Jobs, ne? Genau. Was ist deine Berufsbezeichnung, wenn ich jetzt jemand, was machen Sie beruflich? Also, Herr Vollmer? In dem, in dem Fall, äh, also, Botschaften für die NFL in Deutschland und für die Patriots auch, ähm, das heißt am Ende, ähm, die Marke, das Spiel weiter voranzutreiben, das Spiel in Deutschland größer zu machen, das sind teilweise auch mit Partnerschaften, ähm, was zu machen, gerade einen Werbesport mit MAN gedreht, ähm, den, das Spiel teilweise, ich war bei der Stadiontour zum Beispiel dabei, um die Stadien auszuwählen, wo wir dann spielen, es ist viel, viel Arbeit hinter den Kulissen, aber dann hat auch vor der, vor der Kamera, vor den, vor der, äh, Linse oder, ähm, ja, wie gesagt, den, den Sport am Ende bekannter zu machen und für den Aufschwung mit sorgen, also, der, die footballerische Bezeichnung oder. Ist das deutsch oder englisch? Also, sprichst du dabei mehr deutsch oder mehr englisch? 80% deutsch, würde ich sagen, ähm, wir haben in Deutschland mittlerweile, äh, also Dr. Alexander Steinfurt ist der neue GM, General Manager für Deutschland, ähm, in Deutschland ansässig, ähm, und, und regelt und, und, ja, baut da quasi die NFL in Deutschland weiter aus, äh, mit seinem Team, etc., das ist natürlich alles deutsch und dann vielfach wird natürlich auch noch aus den USA und aus dem London Office was gemacht, ähm, je nachdem es halt ein globales, wie wahrscheinlich in jedem Business, eine globale Firma, äh, je nachdem, auf welchem Kontinent man sich gerade befindet, in welcher Zeitzone, ähm, ist, ist da schon hin und her zweisprachig, ähm, zu sein, hilft, hilft da ungemein. Weißt du, was geil ist? Weil, also, ich hätte da einen Tipp für dich, einen Ripkey to Success, äh, am Anfang unseres Gespräches hast du noch sehr amerikanisch geredet, fast schon mit einem Akzent und jetzt schon hier 40 Minuten später redest du perfektes Deutsch. Das ist krass. Also du kannst dich, glaube ich, wenn du noch mehr TV-Arbeit vor der Kamera machst, solltest du dich immer einreden, wie früher einlaufen und da warm machen, solltest du auf Deutsch irgendwie eine halbe Stunde dich einreden damit, oder vielleicht, oder andersrum, gar nicht mehr, damit der coole amerikanische Akzent, also es kann auch sein, dass das total zuträglich ist, weil du erzählst ja über eine amerikanische, äh, ach, ist eigentlich ganz geil. Jetzt, wo ich sage, red dich nicht ein, sondern behalte dir den leichten Akzent, äh, den du dir inzwischen ange, weil du redest ja über American Football. Es ist ganz schwierig, über einen Sport zu reden, wo alle Begriffe, äh, ja, nur Englisch sind, Amerikanisch sind, Field Goal, Touchdown, also was, das trotzdem alles in deutsche Worte zu fassen, in deutsche Sprache umzuwandeln und an manchen Wörtern bleibt man eben hängen, weil es gibt dafür keine, keine passende Übersetzung und wenn man die übersetzen sollte, hört sich das auch einfach bescheuert an und, ähm, ja, das ist, da hast du auf jeden Fall recht und ich meine, ich habe heute Morgen, ähm, viele Crawls, äh, in, 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 in Amerika, also hier gehabt und dann direkt vor unserem Gespräch hier, äh, meine Kinder oder einen meiner, meiner Kinder aus der Schule abgeholt, dann habe ich mit ihm die ganze Zeit gequatscht und so, also das, das stimmt auf jeden Fall, da hast du recht. Die Umgebung, äh, färbt da ab. Bist du bei dem Spiel am Sonntag? Ja. Bist du vor Ort? Ich bin, ähm, bin da, bin die ganze Woche da und, ähm, haben viele weitere Aktionen, wir, ähm, ähm, vergeben auch Tickets, wir, keine Ahnung, es sind, äh, also nicht nur die, die zwei Teams, also Seattle und, und Tampa Bay, klar, spielen natürlich der Hauptact, äh, die anderen Teams, ähm, es gibt vier Teams, ähm, ja, ich sag mal, das Home-Marketing-Recht, die sind auch vertreten in dem Fall, ähm, ja, die Patriots eben auch, haben da ihren, in den, das heißt, ist ein, ist ein, ist ein Restaurant, Herrschaftszeiten, also deren Home-Bar-Restaurant, da, da machen wir viel. Mein Lieblingsrestaurant in München übrigens. Ja, also, da sind wir Donnerstagabend, Freitagabend und Samstagabend und dann machen da, ja, verschiedene Aktionen und da kann man, wer noch Tickets hat, wer in München lebt, auch, wer mal hinfahren möchte, kann mit uns irgendwie ein Bierchen trinken und wahrscheinlich noch ein oder andere Ticket irgendwie absahnen, äh, ich glaub, das wird noch, wird noch, wird noch spaßig und dann, klar, die Endeffekt, viele, viele coole Aktionen, die werden jetzt noch, äh, weiter bekannt gegeben und, äh, ich glaub, ja, auch wenn ich zum Spiel gehe generell in München, ich glaub, da kann man echt eine, eine schöne Zeit haben. Hast du für Samstagabend im P1 schon einen Tisch reserviert für Tom und dich? Weil, also, das ist ja, der ist jetzt Single, das ging sehr schnell mit der, mit der, mit der Scheidung. Also, in Deutschland gibt's ja das sogenannte Trennungsjahr, das geht gar nicht so schnell, das scheint in Amerika nicht, da wird das überstreicht, also, das weiß ich jetzt nicht, warum das so schnell ging, aber die waren ja sofort einfach geschieden. Ähm, meinst du, der geht jetzt auf die Pisch im P1? Zumindest nicht am Samstagabend vor seinem großen Auftritt in Deutschland, äh, nein, da nicht. Meinst du, das juckt den noch? Also, glaubst du wirklich, dass der, oder, nein, das ist ein ganz normales NFL-Spiel. Ja, ich hab noch nie einen besesseneren Menschen gesehen, ähm, zumindest im, im, ja, für seinen Beruf. Ähm, ich mein, ich glaub, wir alle Profisportler und alle, ich mein, wenn du ein Foto machst, bist du auch besessen von, von der Qualität, von, was, welches Produkt du da rausbringen möchtest. Ich mein, der Stolz dahinter, du weißt, du bist gut, du machst schöne Fotos und Filme, et cetera, da ist, du willst der Welt ja auch beweisen, dass du gut bist. Und das geht Profisportlern halt auch sehr ähnlich. Und er ist halt schon jemand, der es zum absoluten Extrem bringt, ähm, das heißt, keine Nachtschattengewächse werden gegessen. Das heißt, ähm, seine, 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 seine Trainingsmethoden, wie viel Salz er am Tag zu sich nimmt, wird gemessen. Ähm, also es ist sehr... Wie macht er das denn mit dem Jetlag? Weil ich denke immer, dass ich der König des Jetlags bin, aber Tom Brady wird da ja noch ganz, er fliegt er in einem Sauerstoffanzug nach München. So stelle ich mir das vor, also mit einer Concorde. Ich mein, wir waren 2009, haben wir in London gespielt, wir waren die Woche vorher schon da, dann sind wir im Hyde Park zwischen Hundehäufchen, ähm, haben da quasi ausgelaufen und alle Londoner, ich mein, da war Footballer noch nicht so wirklich bekannt, gehen mit ihrem Hund Gassi und denken halt, was ist denn hier los? Also wie die 55 dicksten Menschen, die je gesehen haben, laufen hier in grauen Anzügen, äh, also nicht, also Trainingsanzügen hier rum und machen irgendwie High Knees und Kyoky und schreien hier auf amerikanischem, englischem Akzent irgendwie rum und es war schon irgendwie bizarre. Also wenn man halt denkt, dieser Top, ähm, ja, dieses Top, äh, Business kommt quasi nach England und ich sag mal so, es hat schon, hat, hat, äh, es hat sich viel getan in den Jahren, ähm, wobei man dann halt auch sagen muss, er hat zweimal in London gespielt, einmal in Mexiko, also er ist schon erfahren in, ähm, wie man den Körper irgendwie fit kriegt in ein paar Tagen und, ja, aber es ist nicht hier irgendwie mit Sauerstoffbomben und so, sondern einfach nur fliegst halt und, ähm, da versuchst du halt fit zu kriegen. Was ist denn dein Tipp? Wie, 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 wie kriege ich mein Jetlag weg? Die vier Ripkeys to Success zu keinem Jetlag sind keinerlei Alkohol am Tag davor, am Flug und am Tag danach, zweitens nichts essen im Flugzeug, jemals, ähm, wow, drittens, äh, das ist so ein bisschen, also ich mach schon, also sehr, sehr, sehr viel Wasser danach trinken, weil das Hauptproblem am Jetlag ist die Dehydrierung und wenn's ganz ernst ist und du sehr schnell, äh, fähig sein musst, dann schon auch mal eine intravenöse Kochsalzlösung mit ein paar Vitaminen, das macht alles klar, also da gibt's, äh, Anti-Jetlag-IVs sozusagen und, ähm, ja, ich würde dann noch, es hilft natürlich Business Class zu fliegen, also dass man halt schläft, ja, auf dem Flug, ähm, macht's erheblich erträglicher als, und das tue ich schon auch mit Melatonin, zugeführt und dann gibt's keinen Jetlag, es ist gratis nicht essen, ist echt asozial, aber führt natürlich zu sehr viel. Also du isst dann direkt vor dem Flug und dann 15 Stunden später wieder zu Frühstück, weil du ja dann morgens wahrscheinlich in Deutschland landest. Genau so ist es und du, also ich mach schon auch, sobald ich am Gate bin und weiß, jetzt brauch ich keine Zeit mehr, stelle ich alle Uhren schon um aufs Neue und, und zwinge mich dazu, keine Sekunde über die alte Zeit nachzudenken, egal wie hell oder dunkel es ist, ich denk dann, oh Gott, jetzt ist es 2 Uhr nachts, ich muss jetzt wirklich mal schlafen und das hilft bei mir, vielleicht bin ich da stumpf genug, auch ganz gut. Fliegt denn, also wie fliegt denn überhaupt das Team darüber, also fliegt Brady im Mannschaftsflieger mit oder fliegt der in so einem schwarz-matten Privatjet hinterher? Ne, ist schon ein Mannschaftsding, wobei, also die Patriots haben mittlerweile ihren eigenen Flieger und die sind alle Erstklassen-Sitze, also keine, nicht Business International, sondern alle, also normal sitzende Erstklassen-Sitze, wobei die anderen Teams ihre, die Flugzeuge chartern, also mieten sich und je nachdem, was du halt hast, wir sind einmal mit Virgin Atlantic geflogen und da ging es halt nach Ranking quasi, wer du, ob du ein Starter bist und wie lange du halt schon im Team bist, ob du dich hinlegen darfst oder ob du halt hinten neben dem Klo sitzt, ist natürlich doof gelaufen für einen Rookie wie mich 2009, aber gut, auch das irgendwie überlebt und ja, es ist nicht einfach, allerdings das Gute ist ja, beide Teams haben dasselbe Problem, also es hat ja nicht unbedingt jemanden Vorurteil, wobei Seattle kommt natürlich von, aus deiner Ecke quasi, von der Westküste Amerikas natürlich nochmal viel weiter als die Ostküste Amerikas, also da spart man sich schon mal fünf, sechs Stunden. Weißt du, wo die schlafen? Ist das bekannt? Es ist offiziell noch nicht bekannt, nein. Aber einfach ein Hotel übernommen, also ich kenne ja nur, wie die Nationalmannschaft reist oder sowas, also oder Fußballteams, die übernehmen ja dann irgendwas, dann lungern da diverse Leute im Foyer herum und wie war das in London damals? Das ist genauso. Also du übernimmst nicht das ganze Hotel, sondern ein oder zwei Stockwerke plus die Meetingräume, weil du fliegst halt mit wahrscheinlich, klar, Spieler plus Trainer plus Ärzten und allem Möglichen, du bist ja mit 150 Menschen irgendwie unterwegs, brauchst ja schon ein paar mehr Räume, aber ja klar, unten drunter, also in der Lobby und so, wenn du halt aus deinen Räumen rausgehst, klar, es ist Presse, es ist TV, vielfach halt auch Familien dabei oder Freunde, wir sitzen in der Lobby, ist alles easy, du bist halt, gehst da, ist wahrscheinlich bei der Fußballmannschaft, beim DFB etc., das weißt du besser, wahrscheinlich sehr ähnlich, du gehst ja quasi nur raus oder runter, wenn du zum Bus gehst, wenn du weggehst, sonst bist du halt irgendwie auf deinem eigenen Stockwerk, sagen wir mal. Genau, ich sage Hilton, Munich Park, also im Park Hilton, da waren immer die Nationalmannschaften drin, weil das, da gebe ich mein Geld drauf, da würde ich in der Lobby rumhängen oder im Westen, das könnte auch noch sein, weil das sind die zwei, naja gut, aber schauen wir mal, aber ist das so, also mal Hand aufs Herz, ich meine, ihr wohnt ja im gleichen Staat, ihr hängt ja sonst auch rum, aber ist der dann schon so, dass er sagt, Seabass, zeig mir doch jetzt mal bitte ein bisschen was von deiner Heimat, weil der war ja noch nie in Deutschland wahrscheinlich, oder? Das stimmt, er hat deutsche Vorfahren, ich habe ihm ja auch mal versucht, Deutsch bei zu bringen, das hat ja nicht so wirklich funktioniert, aber nee, also ich hoffe, so ein bisschen der Plan zu machen, wenn ich das nach dem Spiel irgendwie mal sehe, vor dem Spiel, es ist halt, das machst du halt auch zu Hause nicht, da ist halt eher nicht jemand, also die meisten Spieler nicht die Menschen, die halt weggehen oder nochmal rausgehen, sondern trainierst halt, also du bist Heimspieler, Auswärtsspiel, eh dem Tag vorher im Hotel, klar, im Ausland bist du eh im Hotel und du hast halt ständig irgendwelche Meetings und dann ganz früh halt wieder Training, das ist schon sehr reguliert und ich glaube, die Trainer, wo sie es nicht verbieten können, wird schon hart drauf geachtet, dass es nicht eine Sightseeing-Tour wird, sondern halt schon ein Business-Trip, wo du dich halt irgendwie drauf vorbereitest und ja, alles aus dir rausholt, ich meine, da sind Räume, wo halt die Videoanalyse 24 Stunden läuft, wo du dich vorbereiten kannst, musst, sollst, also es ist schon, also da vorher passiert nichts und dann abends, das Problem ist ja mit Brady, kannst ja nirgendwo hingehen, also im, ja, das ist zwar positiv, aber den kennt ja jeder, wir waren mal irgendwie in einem Restaurant, war ein Barbecue in Buffalo, New York übrigens und innerhalb von irgendwie einer halben Stunde waren da hunderte von Menschen vor der Tür, die irgendwie sein Autogramm wollen und dann, ja, super gelaufen hier und dann, naja. Aber komm nach Neuschwanstein kannst du dem schon mal ein bisschen, oder, also Neues wird wahrscheinlich, wird schwierig da hoch, da mal die alte Schule zu zeigen, aber so ein bayerisches Element, naja, obwohl er muss ja wahrscheinlich mit dem Flugzeug auch wieder zurück, also der, ja. Kann allerdings erst am Morgen danach, weil du kannst halt abends nicht mehr fliegen, wahrscheinlich, je nachdem, obwohl das Spiel ist früh zu Ende, vielleicht kommst du noch weg, ähm, wir hatten abends ein Spiel, als wir geflogen sind, oder als wir gespielt haben, da konntest du halt abends nicht mehr, also einfach nur wegen Flugverbot, da konntest du halt nicht mehr weg und dann musst du halt am nächsten Morgen fliegen und ich sag mal, der Preis war, wurde gezahlt von den, von den Spielern, denn die hatten ja dann abends, sag ich mal, sturmfrei und sind dann in London weggegangen und da waren schon ein paar wandelnde Leichen, die dann zurückkamen, das war schon, war schon ein herrlicher Anblick. Naja, aber das, das wird, das Spiel sportlich, wie, wo sind wir, ist der Superbowl-Zug schon abgefahren für Brady und seine Buccaneers oder haben die noch eine Chance, weil, also das ist ja schon was, du musst mir jetzt einmal kurz das erklären, weil ich echt so stumpf bin und letztens das nicht beantworten können, es gibt zwei Ligen, die nicht Ost und West sind, sondern die einfach unterschiedliche Konferences sind, korrekt? Richtig. Und diese zwei Ligen, spielt da jeder gegen jeden dann oder ist das auch zufällig? Also es gibt die AFC und die NFC und in diesen Konferenzen gibt es die jeweilige Division. Die Division spielen sich zweimal, also jeder spielt sich da zweimal und dann hast du auch vier Spiele, sag mal, außerhalb deiner, deiner Conference. Das wird dann jedes, also da ist eine Regel, das wird aber, wer wen spielt und wann und wo, wird von der Liga ausgesucht, einmal im Jahr, meistens im April und wird dann veröffentlicht. Wie sind die Playoffs? Die sind dann wiederum nicht in den Divisions, sondern von der AFC, also in den zwei Ligen auf eine Art? Ja, also wie sich die Playoffs eben sind, es wird von mehreren Teams untergewandelt, sagen wir mal, zu zweit zum Superbowl. Es ist noch innerhalb der Division und dann spielt man halt quasi der Gewinner der eigenen Division, dann Konferenzen und spielen dann im, ja im Finale spielt dann quasi der Sieger der AFC gegen den Sieger der NFC und daraus wird dann halt der Superbowl-Sieger ermittelt. Also muss ich quasi in deiner, erst in der Division und dann in der Conference durchsetzen, um dann eine Chance zu haben, gegen die andere Conference zu spielen und dann den Superbowl zu gewinnen. Verstanden. Und was ist es denn? Achtelfinale in der jeweiligen Conference oder ist es Viertelfinale? Oder wie viele Divisions gibt es? Vier? Pro Conference, du fängst halt an mit einer Wildcard. Das ist ein bisschen schwieriger zu erklären, weil der Erstplatzierte bekommt, muss quasi nicht in diese erste Wildcard-Runde. Danach gibt es eine Divisional-Round und danach gibt es eine, die Conference-Championship-Runde quasi. Und da wird quasi, ist dann das letzte Team quasi ermittelt und dann gibt es das, ja, die gewinnen ja zwei Conference-Games, da sind quasi vier Teams übrig. Wie gesagt, danach. Das heißt, es ist nur Halbfinale, Finale. Wenn du jetzt deine Division gewonnen hast, dann musst du wie viele Spiele bis zum Superbowl spielen? Wenn du in der Wildcard-Runde bist, hast du vier Spiele. Okay. Und ohne die Wildcard-Runde drei Spiele? Drei. Das ist quasi Halbfinale, dann gewinnst du die Conference im Finale und kommst dann zum Superbowl, der ja äquivalent zu so einem Supercup oder sowas quasi ist bei uns in der Bundesliga. Okay, verstanden. Und ist der Zug schon abgefahren für die Buccaneers oder haben die noch eine Chance in ihrer Division? Das Gute ist, also A, sie spielen in einer schwächeren Division, sagen wir mal, da ist alles möglich. Sie hätte man vor dem Spiel, vor der Saison wahrscheinlich nicht erwartet, dass sie, ich sage jetzt mal schwach, das ist immer so relativ, dass deren Stand in der Division nicht ganz oben ist. Wobei 2012 zum Beispiel den ersten Superbowl, den ich verloren habe, sind die New York Giants auch, ich sage jetzt mal so, gerade so irgendwie in die Playoffs gekommen. Aber dann sind sie richtig heiß geworden und haben dann vier Spiele in Folge gewonnen, inklusive den Superbowl und haben uns geschlagen. Von daher, solange du zum großen Tanz eingeladen wirst, dann ist eigentlich egal, was du vorher geleistet hast. Also nichts ist verloren, du musst halt nur irgendwie reinkommen. Und aber die Tür ist noch nicht zu. Also wenn jetzt die Buccaneers gewinnen und wieder sich ein bisschen, also es ist ja noch ein bisschen, ne? Genau. Wir haben noch wie viele Spieltage? Also die Hälfte der Saison ist rum, das heißt, wir haben 17 Spieltage. Das heißt, da kann echt noch viel passieren. Und im Football, das Verletzungspech ist natürlich riesengroß und das kann ein Team, wenn ein Starplayer auf einmal ausfällt, von heute auf morgen, sogar im Training verletzen sich oft viele, kann sich das natürlich extrem schnell ändern. Von daher und jedes Spiel, weil halt nur so wenige Spiele da sind, in Anführungsstrichen, zählt halt jedes Spiel auch. Also jeder Sieg zählt und jede Niederlage zählt extrem. Und dann natürlich gerade die Siege und Niederlagen in der eigenen Division eben noch mehr. Du bleibst aber unabhängig, also das ist ja ein voll geiler Job, den du da hast. Oder nicht? Also dass du quasi Botschafter von deiner Leidenschaft werden kannst. Hammer. Also das einen Job zu nennen, das ist eh fragwürdig. Aber ja, ich bleib meiner Leidenschaft, meiner Liebe zum Sport erhalten, ohne mich in Anführungsstrichen kloppen zu müssen. Also besser geht's nicht. Willstest du noch arbeiten? Das ist immer relativ. Also ich hab, sagen wir mal so, ich hab Glück gehabt im Leben, so lange in der Profilige gespielt zu haben, dass ich mir doch oft aussuchen kann, was und wann, wo ich wie was machen möchte. Okay, das heißt aber, du machst das wirklich aus Leidenschaft auf eine Art. Also so, du wählst es frei aus und sagst für dich, das möchte ich. Absolut, absolut. Und das sind oft, oder sind wirklich hauptsächlich die Menschen. Hammer hat natürlich über diese Jahre Beziehungen aufgebaut. Von daher ist es halt echt immer schön und dann vor allen Dingen zu diesen Events zu kommen. Ich meine, ich telefoniere oder SMS jetzt noch mit vielen Menschen, hey, wir treffen uns dann und da. Das ist oft schwer unter einen Hut zu packen, weil man dann doch irgendwie nur eine Woche da ist. Aber dass man halt auch sozial so viel Glück hat, wenn man mit Menschen eben kann. Also auf persönlicher Ebene ist wunderbar. Und wenn man gemeinsam, finde ich, das ist auch das Schöne am Teamsport, finde ich. Deshalb bin ich vom Schwimmen auch weggegangen und bin, hab mich dann, außer meiner Leidenschaft zum Essen, auch irgendwann wieder für Football entschieden. Weil es schön ist, finde ich, sich mit Menschen gemeinsam ein Ziel zu setzen und das dann gemeinsam durchziehen. Und wenn das dann klappt, ist es für mich einer der Höhepunkte im Leben. Hundertprozentig. Voll geil. Und das ist jetzt, also du siehst es jetzt auch immer noch als Teamsport. Also du bist ja kein Einzelbotschafter auf eine Art, sondern du bist ja Teil des Teams Football oder Teil auch des Teams Patriots, richtig? Richtig. Wir alle haben dasselbe Ziel, den Sport in Deutschland größer zu machen. Und da gibt es verschiedene Aktionen, wo es Flag-Football ist, in Schulen versuchen, Flag-Football in die Olympische Spiele zu bringen. Wir haben 120 Schulen dieses Jahr zu diesem Flag-Programm dazugeholt. Also es ist nicht nur auf der Profi-Ebene, sondern eben auch auf ganz kleinen Jungs und Mädels, die sich mit dem Sport zum ersten Mal auseinandersetzen. Und es ist halt echt schön, wenn du Kinder siehst, die sich manchmal von anderen Sportarten irgendwie nicht angesprochen gefühlt haben. Die jetzt halt ihre Perschen, ihren Traum, ja Traum ist ein bisschen übertrieben, aber schon ihren Wunschsport irgendwie gefunden haben und dann eine neue Liebe zum Aktivsein gefunden haben. Voll geil. Also ich habe gelernt, ab ins Herrschaftszeiten, Donnerstag, Freitag, Samstag, da kann man ja bestimmt auch noch malen. Das war früher auch mein absoluter Tipp. Wenn man zu den Fußballern nah ran will, muss man nur rausfinden, wo die schlafen und sich da ein Zimmer buchen. Weil dann ist man relativ nah dran und trifft die ja im Gym und aus Versehen in Stock 2 mal anhalten und rausgehen geht schon. Also so ist es nicht. Also dann läuft man, also bei Fußballern, ich weiß ja nicht, ob es bei American Football auch so ist. Und aber, und damit will ich vielleicht ein bisschen, wie viel Bier hast du auf dem Oktoberfest getrunken? Hast du da richtig getrunken? Ich war ja, ich war vernünftig, ich wurde vorgewarnt. Wir waren den ganzen Tag ja da. Ich sag mal, mir ging, ich musste danach früh zum Flieger, also richtig früh. Alles kein Problem. Ich hab vielleicht den ein oder anderen amerikanischen Kollegen mitgebracht, ich sag jetzt mal keinen Namen, der allerdings vielleicht Hilfe brauchte, um, ja, keine Ahnung, sein Hotel, Zimmer, Bett und alles mögliche zu finden und doch länger nicht ans Telefon gegangen ist. Also bei mir ging's. Bei dir ging's. Ach, es ist, also Oktoberfest erwischt ja leider sehr viele Leute und dann ist es so. So, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß in dieser wunderbaren Woche. Ich wäre gern selbst dabei gewesen. Ich gucke es mir aber aus Amerika raus an, weil letzte Woche beim Rams gegen 49ers, wo ich, wo es diesen einen Verrückten, also wo quasi der Ball zurückgepasst wurde, es wirkt aber so, als wäre es nach vorne und alle haben sich verarschen lassen und der hat nochmal einen Doppelpass, so wie in meiner komischen Wahl, aber ein Megaspiel, ein Megastadion. Ich bin sehr gespannt, wie sich American Football in der Allianz Arena anfühlt. Nächstes Jahr ist es sogar in Frankfurt und in München, richtig? Ja, da steht noch alles gar nicht fest. Also es werden zwei Spiele in München und zwei Spiele in Frankfurt ausgetragen, aber die Reihenfolge ist noch nicht fix. Das wird alles, glaube ich, um Thanksgiving oder so alles bekannt gegeben. Und ich habe übrigens gehört, dass gegebenenfalls ja Fußballspiele im Rams-Stadion, also andersrum, ich glaube, was ist kleiner? Das Fußballfeld ist kleiner als das American Football-Feld. Wie auch immer sie das jetzt in der Allianz Arena gemacht haben, aber gleichzeitig ist es aber auch ein bisschen kürzer, jetzt wird es gefährliches Halbwissen, aber im Rams-Stadion, wo ja meines Erachtens, das ist mein Tipp, dass dort das Finale und das Eröffnungsspiel stattfindet, weil es einfach das krasseste Stadion der ganzen Welt ist. Das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Und da ist aber die Ecke, du kannst keine Ecken treten, weil da ist eine Betonwand, also da müssen wir nochmal den Schlagbohrer rausholen, um eine kleine Furche, oder du kannst, glaube ich, nur mit links, also du kannst quasi linke Ecken nur mit links, aber nicht mit rechts treten, also du kannst nur vom Tor wegtreten und das ist dann doch zu viel Einschnitt, aber irgendwas mussten sie in München auch umbauen, ne? Mussten das Feld, also du hast, der Rasen war lang genug, allerdings hat man nochmal eine Auslauffase, sagen wir mal, die gegeben werden muss im Stadion, das heißt, die mussten den Rasen verlängern. Okay, und ich bin gespannt, wie das wird, bin gespannt, wie sich das anfühlt und ich bin mir sicher, dass du eine gute Woche hast und wünsche dir viel Spaß und hoffe, dass wir uns bald mal sehen, wenn du dann hier mal wieder rumkommst. Auf jeden Fall, ich hatte beim letzten Mal bei dir Spaß, das kriegen wir wieder hin, vielleicht brauche ich noch ein, zwei Surflessons von dir. Room to improve, sagt der Amerikaner, ne? Ja, ich glaube, ich habe immer noch Kopfschmerzen, ich habe irgendwie einen Stein übersehen, aber naja, gut, egal. Vielen Dank, dass du ans Telefon gegangen bist, ganz großartig. Danke, Paul. Viel gelernt heute. Ciao. Tschüss. AWFNR, der Paul-Ripke-Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke und es helfen mir aber auch ein paar Leute dabei und zwar die liebe Hanna, die macht das Ganze redaktionell und bereitet es ein bisschen vor und hat zwei, drei Ideen, was wir sonst noch so machen könnten und wo die Reise hingeht. Vielen Dank, liebe Hanna und der liebe Simon. Simon schneidet es dann danach und betreut es technisch und wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr vielleicht auch mal eine Werbung buchen wollt, die gibt es bei ProSieben und alles andere ist, wie es ist, jede Woche, dienstags, neu in deinem Podcast-Player.